Hallo, 21.09. Die Kollegen in Schleswig-Holstein, Hamburg brauchen Unterstützung. Was ist da? AMK, Agrarministerkonferenz, geht um Enteignung durch Moorvernässung, Pflanzenschutz, Halbierung. Alle, die Kartoffeln oder Rüben anbauen, wissen, wie schlecht es ist, mit den wenigen Mitteln oder mit den fast nicht mehr vorhandenen Mitteln Pflanzenschutz zu betreiben. Und immer wieder wird gesagt, wir müssen halbieren, pauschalisiert. Und alle Bauern nehmen es da hin. Warum? Und es geht nicht nur um Bauern. Die Mauterhöhung, die CO2-Steuer wird erhöht. Ja, die Fuhrunternehmen, wo sind die denn? Reden immer davon, dass sie uns folgen wollen oder mit uns mit gemeinsam auf die Bühne wollen. Jetzt sind wir soweit. Wir können in Kiel etwas erreichen. Einen großen Sturm der Empörung gegenüber der Grünen-Politik, die hier herrscht. Politik, die von einem Ankündigungsminister gemacht wird. Und alles, was ihm nicht in Kram passt, wird auf deutschem Weg weitergemacht. Wie zum Beispiel Glyphosatverbot. Obwohl die EU sagt, nee, wird nicht verboten. Er will das so. Alles, was die EU nicht will, das macht er wieder hier anders. Warum? Und nicht nur er. Das sind die ganzen grünen Kollegen. Ja, deswegen. AMK in Kiel, 21.09. Lasst uns hinfahren. Dichte rum mit dem Trecker. Die anderen kommen mit dem Pkw, Bus oder Bahn. Kiel ist nicht so weit wie Büsum. Und wir gucken da mal nach dem Rechten. Wir werden die Politik fragen. Wir haben eine Bühne. Da wird auch Gäste geladen. Mit Zusagen. Und wir werden die Fragen stellen. Und diesmal werden wir uns die nicht, weil er das Mikro hat, da nicht drinreden lassen. Nee. Diesmal werden wir genau nachhaken. Was er sich vorstellt. Und wir wollen antworten. Und nicht diesen heißen Brei, den er sonst immer erzählt. Deswegen wollen wir nach Kiel. 21.09. Ist sowieso schlecht Wetter. Also. Auf geht's nach Kiel.